Ja, was soll man denken, äh, gut, ne, dass man dann, bevor der Impfstoff wegkommt, ist das auf jeden Fall die beste Variante. Ja, Wahnsinn, also das hätte ich nie gedacht, das ist, äh, total verrückt, dass die Leute hier so in Massen auf einmal ankommen. Ich bin vorhin zwischendurch, weil ich bin geimpft, bin nur für meine Tochter hier, ähm, und bin dann eben nach Sande gefahren, hab eben eine kleine Flasche Mineralwasser geholt und die verteilt, weil die Leute alle standen, äh, Durst und ich kann ja nicht mehr. weg und so weiter und dann hab ich mir gedacht, komm, erst mal eben schnell ein paar Wasser hin. Wir geben die Hoffnung nicht auf, deswegen sind wir hier, wir sind ganz tapfer, haben auch unseren Spaß hier mit den ganzen Leuten, also, muss ich sagen, ja, wir sind ganz nette Leute hier, haben wir gesagt. Es ging innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, sogar sehr, sehr schnell und, ja, dann hat man sich in die kleine Kabine gesetzt, oder gewünscht, fünf Minuten warten und fertig und, äh, ja, gegen alles sehr viel sorgenfrei auf jeden Fall als gedacht. M.T.